Könnt ihr alle Wände auf dem Stuhlpunkt zum Eins drehen? Wir sind jetzt zweieinhalb Wochen in Proben und es ist sehr erstaunlich, wie weit wir gekommen sind. Stuhlpunkt zum Eins drehen? Wir haben die Erfahrung natürlich gehabt mit Ring das Musical, das wir hier aufgeführt haben, von Frank Limsgern und das ein großer Erfolg war. Er ist schon derjenige, der da mit an der Spitze steht, der auch immer regelmäßig wieder neue Sachen herausbringt. Ich habe mir eine Kürzung angeschaut, eine musikalische Kürzung. Ich würde gerne mich nur um die Musik kümmern. Richtig. Ausschlaggebend für Verkaufszahlen ist vielleicht nach der Premiere eine gute Kritik. Was machen wir denn? Gestellte Fotos oder etwas? Aber nicht unbedingt ein Vorbericht, das ist ja eher ein Work in Progress. Das war so viel Spaß. So cute. So cute.